Nicht nachgedacht habe ich, nicht nachgedacht darüber, was zwischen A und B liegt. Ich stehe Riesen gegenüber. Will ich mich denen stellen oder will ich umkehren? Die Wüste hat uns doch geformt. Die Wüste ist in mir. Wie lange muss ich warten, bis das jemand erkennt? Mein Zustand? Zwischen Land. Doch jetzt schalte ich ab, ziehe mich zurück. Hat eigentlich irgendjemand eine Ahnung, wie lange das hier noch dauert? Ich hasse warten. Warteschleife, noch nicht dort, wo ich hin will. Meine neue Realität. Zwischen Land. Die Pfade ist AC-N fore. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.